herzgurken für harper ist david beckham bester promi papa er ist einfach ein richtiger mädchen vater victoria 49 und david beckham 48 sind stolze eltern von vier kindern vor allem nestäckchen harper 12 bekommt von allen seiten sehr viel aufmerksamkeit als einziges mädchen unter den kids ist vor allem der fußballer ganz vernaht in seine kleine und das macht er nun einmal mehr deutlich david schnippelt seiner tochter hingebungsvoll herzen gurkenscheiben via instagram hält victoria einen ziemlich niedlichen vatertochter moment fest sie erwischt nämlich ihren gatten dabei wie er für die zwölfjährige gurkenscheiben in herzform schneidet er ist so ein guter daddy schreibt die kleineren dazu und harper scheint das auch ziemlich zu imponieren auf einem gemeinsamen bild strahlt die promi tochter nämlich überglücklich mit ihrem papa in die kamera eiskaltes getränk mit den herzchen gurkenscheiben inklusive dass david und harper eine besondere beziehung verbindet machte der ehemalige kicker erst vor wenigen wochen deutlich im netz zeigte er nämlich wie sein töchterchen ihn schminkt meine kleine make-up künstlerin ist so gut und hat eine tolle playlist betitelte der 48 jährige seine schnappschüsse schusser